Hallo Freunde, endlich sind wir wieder zurück. Die Musikreviews sind wieder zurück mit euren Steven. Endlich bin ich froh, wieder euch neue Musik präsentieren zu können. Die Eltern von Wochen waren ein bisschen stressig, mussten einige Sachen, also ich musste einige private Sachen erledigen und wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen an den Hintergrund gearbeitet und ja, endlich wieder zurück. Endlich kann ich euch wieder Musik präsentieren, da freue ich mich mega drauf. Ich werde euch auch präsentieren, also wir fangen auf jeden Fall an vom 2.7. von Anfang des Monats, fangen wir definitiv an, bis zum 16. Und haben einige Musik dabei, ihr dürft gespannt sein, um welche Richtung die Musik geht, die ich euch präsentiere. Und ja, haben gute Sachen dabei, seid gespannt, nach dem Intro geht's los. Ja, hallo nochmal Freunde, hier ist euer Steven und ich präsentiere euch die Musikreviews. Für Leute, die mich zum ersten Mal sehen, zum ersten Mal einschalten, ein herzliches Willkommen zu den Musikreviews. Und ich präsentiere jede Woche neue Alben, neue Bands, auch alte, bekannte Bands, die neues Alben rausgebracht haben und stelle es euch quasi vor. Erzähl euch was von der Band und wie für Alben die draußen haben und wie das neue heißt. Und ihr könnt natürlich in der Infobeschreibung dann auf die bestimmten Linksdecken von den Bands und könnt dann gerne reinhören. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit der ersten Band an. Kommen wir zur ersten Band und die fängt schon knallhart an. Wie soll es auch anders sein? Ich fange direkt mit einem großen Knall an, anstatt es bis zum Ende zu halten. Fange ich jetzt direkt damit an. Die apokalyptischen Reiter, ne, deutsche Band, gibt es seit 1995. Genre ist Folkmetal, sind bei Nuclear Blast Records unter Vertrag. Haben mittlerweile elf Alben draußen, das nur heißt The Divine Horseman. Und ist, im Gegensatz, denke ich mal, zu anderen Alben, wie ich gehört habe, ist das definitiv auch anders, auch anderssprachig, was es sehr interessant macht. Vom Stil her geblieben, aber auch ein bisschen verfeinert, ein bisschen verändert, finde ich. Ist dennoch immer noch geil, kann man sich auf jeden Fall geben. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr jeweils immer ein aktuelles Video von den Bands. Da könnt ihr gerne draufklicken und reinhören. Und ja, wie gesagt, hört rein. Neuer Album ist seit 2.7. draußen. The Divine Horseman, die apokalyptischen Reiter sind zurück. Und ein Album geht richtig gut ab. Kommen wir zur nächsten Band. Before the Dawn. Gibt es seit 1999 bis 2013. Da haben die sich getrennt. 2021 kamen sie quasi mit einem neuen Album zurück. Es ist nicht direkt ein neues Album, aber da komme ich gleich zu. Ist eine finnische Band. Genre ist Melodic Metal. Und feiern jetzt quasi ihr Re-Release zum Album Deadlight. Das Album ist mal neu veröffentlicht worden, quasi, um quasi die Band zu zeigen. Die Band ist zurück. Was ich ziemlich geil gemacht finde. Ist an der ganzen Sache. Es sind Bonustracks drauf. Jeweils normale Bonus-Tracks, die man halt von Alben kennt. Und von der japanischen Version, die ausgekommen ist, sind auch nochmal die Bonus-Tracks vertreten. Und dann hat man natürlich schon wieder ein paar Songs mehr auf dem Album, weil ich sehr gut finde, dass da wirklich was gemacht wird. Die Band zeigt sich, wir sind zurück. Und finde ich klasse. Ich finde die Musik geil. Ich kannte die Band vorher noch nicht. Deswegen umso mehr finde ich gut, dass die Lungs zurück sind. Ich hoffe, da kommt jetzt auch bald ein neues Album. Und Leute, hört rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann haben wir die Band In Fragments, die ich ausgesprochen habe. Gibt es seit 2017 die Band. Ist eine schweizerische Band. Genre ist Metalcore. Feiern jetzt quasi ihr zweites Album, Polychrom, welches ich eigentlich ausgesprochen habe. Und Metalcore, wie gesagt, ist für jeden, habe ich die Woche, habe ich für jeden was dabei. Definitiv. Und, ja, kann man sich auch auf jeden Fall geben. Natürlich muss man auf die Musikrichtung, die ich präsentiere, natürlich stehen. Auch stehen, sonst bringt das ja alles nichts. Aber kann man sich auf jeden Fall reinhören. Leute, ich kann euch da wirklich nur ans Herz legen. Hört in die Band rein. Ich finde sie klasse. Ist mega. Kann man sich geben. Kommen wir zum nächsten deutschen Band. Und ja, auch guter Stoff. Wer richtig Bock drauf hat, Leute, gebt euch das. Lohnt sich. So, ich hoffe, ich spreche die nächste Band richtig aus. Kognitiv ist eine amerikanische Band. Gibt es seit 2011. Genre ist Death Metal. Label Unique Leader Records. Da sind sie unter Vertrag. Feiern jetzt quasi ihr viertes Album. Und das neue heißt Malvolent Truth of the Hastened Extinction Nation. Also, tut mal leid, wenn ich den Titel falsch ausspreche. Hier ist er ja eingeblendet. Da könnt ihr gerne gucken, wie er richtig geschrieben wird. Langer Text. Finde ich auch schwerer Text. Aber die Band verspricht, ihr Genre zu halten. Death Metal ist auf jeden Fall guter Death Metal. Ich finde ihn nicht schlecht. Und nicht zu Death Metal sagt, ich finde ihn nicht schlecht. Nur hat schon was heißen. Weil eigentlich bin ich, wie gesagt, nicht so ein Death Metal Freund. Zwar höre ich das am neuesten gerne auch mal. Aber nicht immer. Nicht alles ist immer gut. Aber da muss ich sagen, kognitiv verbunden. Ich habe mich echt überrascht, die Band. Da kann man sich echt wirklich die Mucke geben. Für Death Metal Fans, wie gesagt, sowieso. Hört rein. Lohnt sich. Dann kommen wir zu einer Dame, die jetzt quasi ihr Debüt feiert. Und ihr Debütalbum. Marta Gabriel. Genre ist Heavy Metal. Sie ist bei Label Listenable Records unter Vertrag. Ist die Frontfrau von der Band, finden Sie vielleicht Crystal Viper. Und sie kündigt jetzt quasi ihr neues Soloalbum an. Ihr erstes Soloalbum. Ihr Debütalbum. Und wer Crystal Viper liebt, mag, wird auf jeden Fall das Soloalbum von sie auf jeden Fall mögen. Das neue Album heißt Metal Queens. Und so wie ich reingehört haben konnte, so ein bisschen ist es auch nicht schlecht. Wie gesagt, wenn man Crystal Viper gerne hört, wird man das auch mögen. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr immer einen Link dazu. Da könnt ihr gerne reinhören. Und ich kann das Video euch nur ans Herz legen. Weil auf jeden Fall rein lohnt sich. Dann kommen wir zur Band Paradise Lost. Der Name hat mir schon immer was gesagt. Konnte mit der Band aber niemand anfangen. Die gibt es schon seit 1988. Die Band ist eine englische Band. John Rae ist Death Metal. Sind bei Label Nuclear Blast Records unter Vertrag. Haben 14 Alben mittlerweile schon draußen. Neue ist ein Live Album. Und heißt Up The Mill. Und geht gut ab. Wer auf Live Alben steht, kann sie auch gerne geben. Ich meine sogar ein paar Videos drin gesehen zu haben bei YouTube. Da kann man sich auch mal ein paar Videos geben. Paradise Lost Name, wie gesagt, war mir bekannt. War ein bisschen skeptisch am Anfang. Aber ich kenne ja selber, wenn man öfter in die Band reinhört, dann kommt man irgendwie dazu, dass man sagt, ja, die ist vielleicht doch nicht so schlecht. Oder man hört rein, dann kommt einfach nicht drauf. Aber ich will es euch nicht präsentieren, weil ich es selber nicht hören würde. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dann hört mal rein. Entweder ist er was für denjenigen oder auch nicht. Feiern jetzt auch ebenfalls, wie gesagt, neue Live Album. Haben mittlerweile auch sieben Live Album schon draußen. Das ist auch sehr interessant zu wissen. Ja, wie gesagt, neue Live Album. At The Mill ist draußen. Und Paradise Lost gibt euch das. Und sich. Dann kommen wir zur nächsten deutschen Band. Zu der dritten quasi jetzt schon. Powerwolf haben ihr Album endlich veröffentlicht, wo viele darauf gewartet haben. Die Jungs schlagen ja ein wie eine Bombe. Die Jungs sind, muss ich auch mal sagen, sind auch einfach klasse. Die Band gibt es ja 2004. Genre ist Power Metal. Sind bei Napalm Records unter Vertrag. Haben mittlerweile jetzt zehn Album draußen. Das neue heißt Call of the Wild. Und passt auch der Titel zu, weil das Album geht gut ab. Kann man sich gut geben. Ich habe auch ein bisschen reingehört. Und bin echt begeistert. Und ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Holt euch das Album. Hört auf jeden Fall rein. Hört in die Band generell ein. Streaming-Dienste sind verfügbar. Da wird das Album auch verfügbar sein. Und da könnt ihr gerne reinhören. Auf jeden Fall lohnt sich das definitiv. Hört rein. Powerwolf. Call of the Wild. Ist jetzt draußen. Kommen wir dann zu der nächsten amerikanischen Band. Resurrection Kings. Gibt es seit 2015 die Band. Genre ist Hard Rock. Also mal wieder was ganz anderes. Nieslich habe ich heute alle Richtungen quasi fast vertreten. Sind bei Napalm Frontiers Music unter Vertrag. Fallen jetzt auch ihr zweites Album. Also nur eine frische Band. Neue Album heißt Skygazer. Wenn ich die ausspreche. Und ja, Hard Rock ist wie gesagt schon mal Death Metal gehabt. Melodic Metal, Epic Metal, Powermetal. Ich sag mal jetzt haben wir Hard Rock. Wir haben jetzt fast alles vertreten. Da ist schon mega geil. Mega geil. Einfach nur. Ja, muss man auch stehen. Wie gesagt, guckt ne Link in die Beschreibung. Kann ich immer wieder sagen. Da könnt ihr gerne die ganzen Bands durchhören. Und dann macht ihr euch ein eigenes Bild, wie ihr die Band findet. Ich finde sie nicht schlecht. Könnt ihr euch auch mal geben. Resurrection Kings. Skygazer. Gazer. Nächsten Band. Ich hoffe, ich spreche die aus. Space Chaser. Ist ne deutsche Band. Ist ja 2011. Genre ist Fresh Metal. Wieder ne andere Musikrichtung. Jetzt haben wir echt fast alles. Label ist Metal Bread Records. Da sind sie unser Vertrag. Drei Alben sind draußen. Neue heißt Give Us Life. Und mega geile Band. Ich war echt geflasht. Ich kannte die Band vorher noch gar nicht. Und ich hab reingehört. Die Band ist einfach mega. Die musst du verpräsentieren. Ich finde die Jungs klasse. Hört auf jeden Fall rein. Lohnt sich definitiv. Space Chaser mit Give Us Life. Album ist draußen. Gönnt's euch. Dann haben wir die Band. Spiral Grave. Gibt's ja 2018 die Band. Also auch noch ganz frisch. Ist ne amerikanische Band. Genre ist Doom Metal. Label ist Argonauta Records. Und die feiern jetzt quasi ihr Debütalbum. Herzlichen Glückwunsch dazu. Doom Metal. Death Metal. Also in die Richtung mit auf dem Vergehen. Debütalbum heißt Legacy. Off the Anointed. Ich weiß nicht, wer war Sport ausgesprochen. Ich weiß nicht, wer genau aussprochen wird. Ihr wollt ihr sehen. Könnt ihr gerne nachgucken. Und könnt die Band gerne feiern. So wie ich es tue. Debütalbum auch mal reingehören. Ist auch immer nicht schlecht. Die Band geht gut ab. Macht guten Sound. Macht guten Stoff. Geht gut ab. Kann man sich nur geben. Ich feiere die Jungs. Hört rein. Spiral Grave. Feiern ihr Debüt. Hört rein. Und dann kommen wir zu der Band. Vendor. Ist eine schwedische Band. Gibt es da 2015. Genre ist Power Metal. Label ist Galet Records. Feiern jetzt auch ein zweites Album. On a Moonlight Night. So heißt das neue Album. Und ja, Power Metal, wie man ihn kennt, wie man ihn mag. Jeder versteht, oder sieht die Sache anders in den ganzen Genren. Ob das Death Metal ist, Melodik Metal, Alternativ Rock, Hard Rock oder Power Metal. Da ist, wie gesagt, für jeden, nur weil der Power Metal ist, muss es nicht unbedingt so sein, wie man sich halt jetzt vorstellt. Deswegen, wie gesagt, sage ich immer, guckt da rein. Gibt euch die Band. Hugelt die nach. Hört euch die an. Und für jeden ist ein oder zwei Band bestimmt immer dabei. Oder auch nicht. Ich finde die Jungs, wie gesagt, nicht schlecht. Ich präsentiert habe. Ich präsentieren nur das, was mir gefällt. Und daher kann ich nur sagen, ich finde die Jungs selber nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Ist definitiv gut. Und ja, wie gesagt, hört rein. Für einen ist da bad, für den anderen nicht. Ich finde die Jungs nicht schlecht. Kann man sich geben. Ja, Leute, dann kommen wir auch schon wieder zu den sonstigen Bands. Und da haben wir auch wieder ein gutes dabei. Und wir fangen auch jetzt direkt an. Im Vorfeld wieder entschuldigen, falls ich falsch was ausspreche. Ich gebe mein Bestes. Wie gesagt, ihr seht ihr eh unten stehen, wie richtig geschrieben ist. Und könnt dann die Band nachgucken. Kommt zur ersten Band. Bizarre Cooled. V-Overlaved. Ist Black Metal. Dann haben wir Born of Osiris. Angel of Alien. Ist Death Metal. Dann haben wir Lot of the Lost. Sehr gute Band. Kann ich nur empfehlen. Hört da rein. Ist Gothic Metal. Ist jetzt nicht unbedingt was für jedermann. Aber ich finde persönliche Jungs nicht schlecht. Dann haben wir die Band Lost in Grey. Under the Third Face. Das ist Symphonic Metal. Dann haben wir Noctambulist. The Baron Form. Death Metal. Dann haben wir Überladen. Keine Ahnung. Deutschrock. Könnt ihr euch auch mal geben. Dann haben wir Domination Campaign. Onward to Glory. Death Metal. Hammers of Misfortune. The Bastard. Progressive Metal. Dann haben wir natürlich die alte bekannte Band. L.A. Guns. Mit Coke Unloaded Live. Rock. Dann haben wir Müderlaut. Nicht Motherlaut, sondern Müderlaut. Mit U. Album. Death Metal. Kann man sich ins da mal reinhören. Dann haben wir die Band Blutengel. Erlösung. The Victory of Light. Und Nothing Scared. No Gods. Trash Metal. Sehr gute Bands dabei. Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr begeistert. Ich bin einfach happy, dass ich die Bands für euch präsentieren kann. Wir haben sehr gute Bands dabei. Das ist sehr, sehr geil. Einfach nur Hammer. Vor allem in den Sonstigen auch sehr gute Bands dabei. Müsst ihr euch alle mal durchgucken. Müsst ihr euch alle mal geben. Ist richtig geil. Leute, bleibt dran. Nach meinen Videos kommen noch andere Musikreviews. Und vergesst nicht bei Instagram und Facebook vorbeizuschauen. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Auf meine Musikreviews und meine Unboxing-Videos. Und natürlich meine neue Playlist. Over the Top ist auch nämlich ein Video der zweiten Teil draußen. Schaut mal meine Playlisten rein. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, schaut mal bei Facebook und Instagram vorbei. Da seid ihr ebenfalls immer auf dem neuesten Stand, was meine Videos betrifft. Und wie gesagt, schaut mal in den Playlisten vorbei. Over the Top. Und Unboxing-Videos. Da könnt ihr gerne durchstöbern. Und könnt gerne Kommentare dalassen. Und jeden Like würde ich mich natürlich freuen, klar. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert mich, würde mich sehr freuen. Und ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich wünsche euch nur ein restliches, schönes Wochenende. Und eins kann ich euch sagen, Mittwoch haben wir auf jeden Fall wieder ein Unboxing-Video. Das ist schon mal Fakt. Ben will ich nicht verraten, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall ist ein Unboxing-Video wieder am Start. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Anschauen. Und wie gesagt, bleibt dran. Nach meinen Videos kommen noch weitere Videos und Playlisten. Könnt ihr gerne mal durchstöbern. Und ich bedanke mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Steven. Hau rein. Ciao.